Dieser Ford Mondeo ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 239 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.